Hallo, der letzte Morikaner hatte zwei nette, aufregende Tage. Heute fröhliches Wassertreten, frei nach Sebastian Kneipp, bis es mir dann überwurde und ich schlicht und einfach in Henneberg-Quartier bezogen habe. Gestern war es eine gewisse Zeit nicht ganz klar, ob ich überhaupt noch weitermachen kann, da meine hintere Bremse gänzlich an Leistung verloren hatte. Im Prinzip nach Totaldemontage, Neuzusammenpurseln des Bremshebels und anschließendem Entlüften funktionierte das Ganze wieder. Zuvor hatte ich auch noch eine gewisse Zeit in einem Bushaltehäuschen ausgeharrt, da es ein fröhliches Gewitter gab und da bin ich nicht gerne auf dem Rad unterwegs. Stichwort Karma-Konto, Blitzabseiter, Schrittspannung, was halt alles so Schönes dazu einfällt. Ansonsten, ja, Himmel. Also, Radfahrendes Dauerduschen muss ich eigentlich nicht haben, ist so der aktuelle Stand. Obwohl, Kernzone vom Rhönwald ist eine schicke Sache, nur halt nicht im Dauerregen. So, das war's bis hier. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Ist auch schon spät. Achso, ihr könnt mich steinigen. Ich hab gerade mein eigenes Handy genommen. Ich hab hier nämlich wirklich keine Telefonzelle gefunden. Eine öffentliche wohlgemerkt. In diesem Sinne, jeder nur ein Stein. Und tschüss. Ich hab gerade mein eigenes Handy.